Ich kann dich schießen. Das ist eine praktische Woche. Nein, in die Woche. Dann bin ich hier zu leise. So besser. Streite dich mal mit Matteo. Matteo, du bist so ein scheiß schwuler Sackscheiße, Junge. Ich hasse dich. Reicht das? Wie? Ich hab geboten, er kann doch schon nicht. Ähm, Matteo, wir sollen uns jetzt gegenseitig dissen. Diggerationen sind noch nicht sorgend, alles verhofft. Ey, das ist echt nichts. Nein, was ist da los? Das wird ja nicht mit dem Video geschnitten. Der Überraschungsprojekt ist gut. Ja, ja, mit 200er drückt. Ja, Matteo ist wieder bei mir. Ja, wer springt denn wieder, Luca? Ja, nee, ich hab dir gut. Ich hab dir gut klatschen, eins, das ist drei. In Bett. Matteo kann ja richtig gut klatschen. Äh, 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 äh. Ja, meine Tricks. Ja, cool. Ja, ich glaub, ich kann besser klatschen als Matteo. Ich denk dich, Digga. Ich hätte den Einwand geschmitzern müssen. Ja, ich reiß. Ich hab' hier los. Ah, fuck, Matteo ist bei mir, Matteo ist bei mir. Ich renne weg, ich renne weg. Soll ich mich mal kennenlernen? Digga! Oh, Taurus überlogen! Matthäus, one shot. Also jetzt nicht mehr, aber... Ihr seid genau so wie du. Soll ich mal was für sein, dann hab ich... Drei Leute hier! Ganz, 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 weiter so, weiter so! Dann, da, Taurus! Ne? Ne, wirklich? Matteo, wie fühlt es sich an, von Handyspielern geklappt zu werden? Kein Kommentar. Was? Kein Kommentar. Naja, ich werd ja nicht von so geklappt. Ja, Digga, guck das an! Du hast ja jeden Schuss! Was? Oha... Digga, Luka, jetzt stehst du nur jetzt! Ich werd schon nicht weg! Ich werd mich nicht anders in meinem Kuchen... Ja, Luka! Du, schuhe nix! Ja, Luka! Schuhe nix! Ja, Luka! Ganz, Alter! Jetzt war' ich schnell, dass du nicht so bist, Junge! Digga, du kennst da hinten, Mann! Joach, du bist doch so schlecht! Wie auster kann man sein? Ja, Luca... Ja, jetzt fahr ich. Ich hab dich einfach zu tun. Alter. Hier, da krieg ich die Kante. Nee, Digga, da hab ich einfach keinen Bock mehr, Digga, Luca. Ich werd jetzt nur noch Luca pushen. Das tut mich gar nicht. Ja, mit 500 Prozent hergeblocken, Junge. Mit 400-500 Prozent. Ah, Luca, was willst du? Oh mein Gott, jetzt kommt der Mobile-Player, mein Ehrenmann. Ich hätte fast gespitzhaft. Ja, finnisch ihn, finnisch ihn, finnisch ihn. Ja, finnisch mich nicht, finnisch mich nicht. Warte kurz, warte kurz, warte kurz. Ja, du Klatsch, Traummann. Bitte sein, ich bin hier fast gespitzhaft. Ja, erst mal, 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 erst mal. Ja, ist richtig schlecht, dann wird er performed. Ja, ehh. Matthias Mikro am Start, der Matthias Mikro ist übel, geil. covered. Ey, wir müssen kurz raus, ne? Warum? weet不能, wenn ich jetzt will kurz... Beide? Müsst ihr beide raus? Ja, beide. Aber nübele通ig, als ob ich das 3spot.